Unser Thema heute, der G-Quadrat-Test und die Schätzmethoden des Finanzamts. Hallo, ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ja, ich berichte heute über die Schätzmethoden des Finanzamts bei der Betriebsprüfung. Das kommt ja immer wieder, dass die Betriebsprüfer in die Betriebe reinmarschieren und ordentlich hinzuschätzen. Die schauen gar nicht, was konkret in dem Betrieb los ist, was unterscheidet genau diesen Betrieb von anderen Betrieben. Was wird da anders gemacht, weswegen zum Beispiel der Betrieb auch so erfolgreich ist oder auch nicht. Jedenfalls, die kommen rein und wollen schätzen und haben das Schätzergebnis oft schon vorher in der Tasche. Wie geht das? Weil die Betriebsprüfer mit Methoden arbeiten, mit Berechnungsmethoden. Da rechnen die von vornherein an ihrem eigenen Schreibtisch aus, was muss dieser Betrieb an Umsatz erwirtschaften und was muss unten hängenbleiben. Ja, und eine dieser Methoden, die hat den abenteuerlichen Namen G-Quadrat-Test. Und ich erkläre Ihnen heute, was genau das ist. Der G-Quadrat-Test geht davon aus, dass der Unternehmer bei der Kasse immer betrügt. Das ist schon starker Tobak, aber es kommt noch härter. Der G-Quadrat-Test geht davon aus, dass jeder, der bei der Kasse betrügt, ganz bestimmte Lieblingszahlen hat. Und der G-Quadrat-Test rechnet die Häufigkeit dieser Lieblingszahlen aus. Ja, am Ende jagt der G-Quadrat-Test das Ganze dann durch so eine lange Excel-Formel. Und da am Ende kommt dann eine ordentliche Hinzuschätzung raus. Und am Ende natürlich ein riesen Steuerbescheid für mehrere Jahre. Das ist der G-Quadrat-Test. Und genau da kommen wir ins Spiel, denn so einfach geht es nicht. Das Finanzamt muss bei der Betriebsprüfung alles offenlegen, was es kalkuliert, was es an Rechenmethoden hat, was es genau gegen den Gastwirt einsetzt. Und da reicht es nicht einfach zu sagen, ich habe den G-Quadrat-Test benutzt, sondern die Finanzbeamten müssen genau erklären, was dieser G-Quadrat-Test ist und was er mit den Unternehmenszahlen konkret in dem geprüften Betrieb macht und anstellt. Habe ich bis heute nicht erlebt, hat von meinen Steuerberaterkollegen auch noch keiner erlebt, dass ein Finanzbeamter das jemals offenlegen konnte. Und genau darum geht es ja. Das ist die Waffengleichheit gegenüber dem Finanzamt. Und ganz klar, das Finanzamt meint, es hat was gegen mich in der Hand und das hat es geschätzt mit eben diesem G-Quadrat-Test. Dann muss ich mich aber dagegen zur Wehr setzen können. Das kann ich aber nur, wenn mir genau erklärt wird, haarklein, was da gegen mich vorliegt. Ja, das war unser Videolog für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn auch Sie schon Erfahrungen gemacht haben mit diesem G-Quadrat-Test, lassen Sie uns gerne einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Wir freuen uns, Sie beim nächsten Video schon bald wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.